Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier. Wir sind hier wieder bei unserer Blockhütte oder Baumhaus, nee Baumhaus ist es nicht, Chris, strengen Sie sich an, unsere Blockhütte hier, das Haus am See. Okay, wir haben ja im letzten Port, haben wir oder ich habe angefangen die Küche zu renovieren. Renovieren ist auch gut, ich habe sie probiert einzurichten. Erstmal vielen, vielen Dank über eure ganzen lieben Kommentare unter dem Video. Hat mich sehr, 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 sehr gefreut und ein paar Sachen habe ich mir aufgeschrieben. Also, ihr habt gesagt, Highlight wäre, machen wir das Ding mal hier in schwarz. So, wäre ein Highlight. Ich weiß, viele haben gesagt, Chris, wir verstehen den Sinn dieser Töpfe nicht. Ich weiß es doch auch nicht, Leute. Ich dachte, es wäre einfach schön. Wisst ihr, wie ich meine? Ich dachte, es wäre einfach schön. Aber ihr habt gesagt, nee Chris, das ist nicht so schön. Denn wir verstehen es einfach nicht, warum das so ist. Und das ist auch vollkommen okay, denn wisst ihr, ich verstehe mich manchmal auch gar nicht so. Das ist halt in meinem Kopf zu leben, ist halt manchmal gar nicht so einfach, sage ich euch, ne? Ist gar nicht so einfach. Nee, wir werden natürlich, ähm, ihr hattet ja recht. Ich weiß, ihr hattet recht, Leute. Ich weiß. So, wir gucken, ob wir hier eine schöne Hängelampe irgendwie sowas finden, was wir hier so reinschallern können. Ähm, damit wir dann hier, wo ist denn hier Beleuchtung? B, 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 dann brauchen wir mal Hängelampen hier. So, den Fisch. Nee, der Fisch, der ist zu, zu fischig. Was halten wir denn davon mit so einem, mit Kerzis? Machen wir mal so über den Tisch. Ihr könnt ja doch mal gucken. Also das finde ich ja eigentlich auch immer als sehr, sehr schönes Objekt. Aber das ist mir auch so ein bisschen zu winterlich. Wisst ihr, wie ich meine? Ich habe so ein bisschen, das ist ein bisschen zu winterlich. Was sagen wir denn zu denen hier? Ja, die haben schon, die hängen schon gut. Aber hängen auch ein bisschen tief, ne? Und was sagen wir zu denen hier? Dann haben wir noch so ein bisschen das Industrial. Finde ich eigentlich auch gar nicht so schlecht. Es ist dann wieder so ein bisschen modern mit alt. Wisst ihr, wie ich meine? Vielleicht haben wir hier eine schöne Farbe irgendwie. Guck mal mit dem Grün. Könnte man eigentlich so lassen, oder? Wir schauen noch weiter. Don't panic on the Titanic. Der ist hier zu groß, auf jeden Fall. Die sind aber auch fast hübsch, ne? Die finde ich ja auch hübsch, ne? Aber die passen auch nicht so ganz hier rein. Hm. Hm, die ist auch zu tief. Die, ja, weiß ich nicht. Oder sonst sind immer eigentlich immer der All-Time-Favorite, muss ich sagen, sind ja tatsächlich immer diese Gläschen hier, ne? Also ich lieb' die. Ich lieb' die einfach. Diese Dinger, die sind so toll. Das sind so tolle Lampen. Also da hat EA mal richtig gegönnt. Muss man halt einfach auch mal so festhalten, ne? Also EA, ne? Manchmal fragen wir uns ja alle, was machst du denn da eigentlich? Aber wenn man so will, manchmal, manchmal können sie ja auch. So, die sind leider zu tief. Ich würd' jetzt, glaub' ich, mal bei denen bleiben. Und einfach mal schauen. Ihr könnt sie ja so vielleicht, oder in diesem Braun tun. Und so. Dann habt ihr mir gesagt, ich hab's mir nur, äh, Notizen gemacht. Herz schwarz. Schöpfe über den Tisch weg. Einen helleren Teppich, habt ihr geschrieben. Ihr wünscht euch einen helleren Teppich. Gucken wir mal, ob wir hier so ein bisschen einen helleren, einen helleren Flauschi-Teppich wurde sich gewünscht. Einen helleren Flauschi. Also ich weiß ja nicht, wenn eure Sims dann darauf kleckern, ne? Müsst ihr das denn wegmachen? Ich möchte es nur erwähnt haben. Ihr müsst es denn wegmachen, ne? Also, ich hab's ein bisschen dunkler gelassen, damit die, äh, Tomatensauce nicht ganz so aufhält. Aber, ihr habt gesagt, Chris, probier mal einen helleren. Wir wollen da mal schauen, was da alles so abgeht. Aber, und, ich bin ja, also ich versuche ja, ein vorbildlicher Streamer zu sein. Und dann werde ich natürlich auf meine Community hören. Aber, ich warne euch. Gefahr besteht, ne? Ihr habt ja recht. Sieht besser aus. Ihr habt ja recht. Ihr habt ja recht, Leute. Ihr habt ja recht. Sieht schon besser aus. Ja, habt ihr recht. Ist okay. Ist okay, Leute. Ihr habt ja recht. Ihr habt ja recht. So, und dann wurde sich nochmal so ein bisschen gewünscht, dass wir hier das Ganze hier bis zum Ende machen. Das ist natürlich easy peasy lemon squeezy. Und, dass wir mal schauen sollen, ob wir ein bisschen bessere, hellere Möbel eventuell finden. Dass wir da nochmal ein bisschen schauen. Wir können natürlich gucken, ob wir jetzt, wenn wir so ein bisschen, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich so in diese grüne Petrol-Richtung gehen will. Ob wir das nicht alles so in dieser Optik lassen. Weil dann haben wir hier oben auch das hier, passend dazu. Also dieser Brotkorb. Ich würde aber dadurch, dass ich das hier so super schwierig finde, weil das hat dann ja dieses rosa... Oh, ne, hat doch nicht dieses rosa mit drin. Okay, never mind. Ich habe nichts gesagt. Ihr habt nichts gesagt. So, dann haben wir den schwarzen Herd. Dann ist das alles ein bisschen freundlicher, habt ihr gesagt. Ist okay. Guck mal, das können wir dann auch in dieser Farbe lassen. Und hier vielleicht auch ein bisschen heller, oder? Ja, doch. Ist doch eine Augenweide, oder? Kann man so lassen. Und einen pinken, was haltet da vom pinken Kühlschrank? So als Augen-Dings. Ich lasse das jetzt nur, weil ich sehen will, wie es in den Kommentaren dann abgeht. Ich will nur wissen, was ihr zu den pinken Dings umsagt. So, ihr habt ja gesagt, hier wollt ihr auch eine Steinwand haben. Easy peasy, kriegen wir hin. Und dann kam die Idee, dass wir tatsächlich hier ein Holzding nochmal hinmachen. Und hier eins. Also, dass es so eingekistelt ist, habt ihr gesagt. So, so. Das ist so ein bisschen, ne? So ein bisschen. Aber jetzt sieht man den gar nicht mehr so doll, den Kamin, oder? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Findet ihr das so gut? Gut. Lassen wir so. Lasst mir gerne in die Kommentare da, was ihr darüber denkt. Und bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. Und bin ich hier auch sehr offen. Also, ja. Ich bin gespannt, was ihr zu dem rosanen Kühlschrank sagt. Das ist jetzt für mich so ein kleines Highlight, muss ich sagen. Ich bin sehr gespannt auf die Kommentare und auf die Reaktionen. Bitte lasst euch dort aus. Bitte lasst euch dort aus. So. Irgendwie finde ich, hat der was. Vielleicht sollten wir auch einfach so als Highlight, können wir nicht das Ding hier auch in rosa machen? Ah, da. Geht nicht. Mist. Mist, aber auch. So, dann machen wir mal hier weiter. Kümmern wir uns heute ein bisschen ums Wohnzimmer, oder? Was haltet ihr davon? Wohnzimmer ist immer gut, bin ich der Meinung. So, ich würde gerne, glaube ich, hier das alles mal hier rüberstellen. Ich finde die Objekte hier passend fürs Wohnzimmer. Aber ich habe mir jetzt gedacht, wir wollen ja so schon ein bisschen cozy haben. Wir haben ja da einen Kamin. Jetzt ist die Frage, wo genau machen wir den Fernseher hin? Ich finde, das Ding habe ich ja hier auch erstmal hier hingestellt, weil wir das brauchen. Wir gucken erstmal, was nehmen wir für generell für Möbel. Ich glaube, damit, wenn wir damit anfangen, wäre das ganz, ganz nice. Die finde ich actually auch gut. Aber ist eher so ein Gerät, würde ich sagen, ich platziere es erstmal dahin, weil wir es irgendwann hinstellen wollen. Weil es ja aus Holz ist. Und ich denke mir so, Holz würde passen. Ich finde ja auch eigentlich, so diesem Landhausstil, finde ich ja auch sowas so ein bisschen auf Oldschool. Wisst ihr, wie ich meine? Ich finde so eine schöne, entweder die, so eine Forenz-D-Leder-Couch, finde ich eigentlich ganz nice. Müssen wir nur mal gucken, wie wir sie am besten gestalten. Vielleicht so in hell. Oder, was ich auch sehr, 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 sehr schön finde. Wir haben ja hier die. Die würde natürlich auch passen. Da passt natürlich das Ranch-Pack extrem gut. Guck mal, das würde auch, ähm, ja, ja doch, oder? Vielleicht in diesen schönen grünen, so einem grünen Ton. Passend zu den, ich mach die mal hier hinten weg. So. Passend zu den, ähm, machen wir mal so, oder? Ja, passt besser, oder? Wo ist denn jetzt das Fenster hier? Fenster, hallo. Ja, doch, passt besser. Dann können wir das hier hin machen. So. Und dann vielleicht, aber dann ist es so weit weg von dem... Was ist denn, wenn wir die so machen? So. Und dann vielleicht... Haben wir davon noch ein Zweier? Das wäre natürlich nice. Das ist der aus dem Ranch-Pack gewesen, glaube ich. Gerade mich zu erinnern, ja. Schade. Haben wir leider nicht. Wäre natürlich jetzt Optimus Prime gewesen, ne? Wenn das gewesen wäre. Weil mit dem grünen finde ich das eigentlich ganz geil. Cool wäre natürlich, wenn wir jetzt hier hätten, auch noch einen passenden Sessel dazu. Wäre richtig... Haben wir einen passenden... Oh, Sessel hätten wir dazu sogar. Krass. Oder wir machen das vielleicht so. Huch. So. So. Ein bisschen auf Cozy-Mosey. So. Wir gucken mal. Vielleicht bleiben wir auch so. Vielleicht bleiben wir auch so nicht. Mal schauen. So, ich muss das mal hier alles wegstellen. Weil mich das hier so ein bisschen... Hier in meiner... Ja, tiefen Fassungs... Schaffungsphase... Oh, wir könnten natürlich auch einen Schaukelstuhl hinstellen. Das wäre natürlich auch nice. Ich platziere die mal hier draußen hin. So ein Puff wäre natürlich auch lustig. Ist das überhaupt ein Puff? Stabile Hocker. Was ist das? Abgedeckter Sessel. So. Wenn wir die Couch jetzt so machen. So. Und hier... Die beiden Sessel hin machen. Auf gemütlich. Die Couch vielleicht noch... Ein Stückchen weiter so. Und so. Dann war eigentlich meine Idee... Das wir... So eine Art... Das können wir ja hier hin machen. Dass wir hier Holz haben zum Nach... Äh... Schenken. Dass wir... Hier zum Beispiel sowas machen. So auf schräg. Wisst ihr, wie ich meine? Dass man die hier so hin macht. Eigentlich war das mal eine Idee gewesen, die hier hin zu machen. Weil wir hier eben so eine Ecke haben. Wartet mal. Jetzt geht's hier los. Chris kann sich nicht entscheiden. Dass wir das so machen. Wie so eine Art Kommode hier hin. In der Hoffnung, dass die natürlich nicht wegbrennt. Vielleicht kriegen wir die auch noch ein bisschen kleiner. Aber ich will euch mal zeigen, was ich damit meine. Ähm... Dass wir eventuell denn hier drauf... So ein Oldschool-Fernseher draufstellen. Wisst ihr, wie ich meine? Also jetzt hier nicht den kaputten. Sondern vielleicht, ähm... Den hier. So auf Oldschool. Finde ich eigentlich ganz cool. Ich weiß nur nicht, ob das wirkt. Wenn wir... Ähm... Das so hier in der Ecke mit den Kaminen. Da bin ich mir sehr unsicher. Muss ich ehrlich gestehen. Weil ich nicht weiß, ähm... Wie das mit dem... Weil irgendwie sieht das scheiße aus. Wisst ihr, wie ich meine? Irgendwie sieht das kacke aus. Oder wir müssen das ganz anders machen. Dass wir hier den Kamin... In unserem Rücken haben. Wir können hier alles ganz entspannt, ähm... Anzünden. Ähm... Wir haben hier einen Sessel. Den wir so hinstellen können. So auf gemütlich. Ähm... Vielleicht auch das Ganze so ein bisschen... Schräg machen. So. Muss ja nicht alles immer... Gerade sein. Und dass wir dann... Vielleicht hier noch so ein Sessel haben. So. Und wir den Fernseher... Tatsächlich... Hier hin machen. Dass wir denn hier so diesen... Bereich haben, der so ein bisschen... So ist, wie er ist. Das können wir noch ein bisschen drehen. Dann können wir hier zum Beispiel... Die Pflanze gut hinstellen. Anstellen. Das Ding... Können wir hier auch... Irgendwohin platzieren. Das können wir hier zum Beispiel... Hier rauf... Stellen. Und dann war eigentlich meine Idee... Die mir gerade in den Sinn gekommen ist. Was ich mir glaube ich... Ganz nice vorstellen könnte. Wir schauen mal... Wie das wirkt. Wenn wir hier... So eine Art... Ja... So eine Bücherregal... Wand um... Das Ding rumbauen. Wisst ihr, wie ich es meine? Schaut mal. Dass wir das jetzt so machen. Äh ne, warte mal. Wir nehmen mal den. So. Dann haben wir das... So. So. Und... Ähm... Hier. So. Und so. Dass wir das... Ähm... Auf süß haben. Die Pflanze können wir ja dann hier... Ein bisschen weiter hier hinstellen. Und vielleicht können wir das Ganze ja nochmal einfärben. Was haben wir da für Farbvarianten? Ähm... So, dass das... Äh... Ganz nicer, nicer aussieht. Äh... So. Mit dem rötlichen. Das ist zu dunkel, glaube ich. Diese Brauntöner. Ja, müssen wir mal gucken. Vielleicht kriegen wir die... Ähm... Anderweitig hin. Ähm... So. Dass wir dann vielleicht... Die Highlights setzen über... Ähm... Die... Mit der Gardine und so. Wisst ihr, wie ich meine? So. Das ist leer. Hier können wir auch noch ein paar Sachen reinmachen. Und dass wir dann hier so eine schöne Gardine reinmachen. So dass wir hier so einen kleinen Mini-Fernseher haben. Das machen wir... Einen Sessel könnten wir ja rein theoretisch braun lassen, oder? So. Und dass wir dann hier einen schönen Teppich hin klatschen. Jetzt wäre natürlich nice, wenn wir diesen Kuh-Teppich hätten. So eine Art Kuh-Teppich. Das würde ich cool finden. Aber wir hatten ja tatsächlich überlegt gehabt, wenn ich mich nicht irre oder täusche, dass wir diesen Teppich hinnehmen. Denn ihr wisst ja, ich liebe, liebe, liebe diese Variante an Teppich. Ich liebe sie einfach. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß auch nicht, ob sie reinpasst. Ich weiß auch generell nicht, was ihr dazu sagt. Vielleicht schlagt ihr auch gerade die Hände über den Kopf und ihr denkt euch so... Ach, du heilige Scheiße. Was macht Chris denn da? Wisst ihr, wie ich meine? Das kann natürlich ja auch sein. Können wir das Ding hier ein bisschen verkleinern? Ja. Ich glaube, das sieht ein bisschen süßer aus, oder? Wenn wir das hier so machen. Perfect. Ich glaube, mir gefällt's. Mir gefällt unten noch dieser Dings hier nicht so ganz. Aber ich glaube, mir gefällt's. Ich glaube, actually, mir gefällt's. Vielleicht finden wir da auch noch was anderes für den Fernseher. Mal gucken. Wir luschern mal. Oh, natürlich werden wir Heizungen auch reinmachen. Wir haben es ja... Ich platziere das mal, sonst vergesse ich das. Denn wir sind ja hier cozy mosey. Auch wenn wir einen Kamin haben, können wir zusätzlich trotzdem noch heizen. Bin ich Fan von. Es kann nie warm genug sein. So. So ein Kamin wäre natürlich auch nice, ne? Aber das passt natürlich nicht mit den Fenstern. So. Ne, was haben wir denn hier alles? Hier wollte ich mal gucken. Couchdisch müssen wir sowieso gucken. Haben wir hier einen schönen... Ich platziere erst mal den hier, weil wir schon hier so Richtung Ranch bleiben. Können wir ja auch Ranchi lassen. Oh, wir könnten natürlich das Ganze auch so machen. So, den hier weg. Und dann dafür die Pflanze dahin. Den dorthin. Und das dann auch in der Farbe von... Den Büchern. Aber das steht so weit ab. Das sieht doch scheiße aus, oder? Wirkt es? Ich habe keine Ahnung. Ich lasse das erst mal so. Ihr werdet mir euer Wissen schon mitteilen, ob das gut ist oder nicht. Da habe ich keine Zweifel dran. So, wir gucken mal. Eigentlich würde ich hier auch so einen Tisch hier mega... Ey, ich mag das nicht, dass die Tische hier in the game einfach, holy fuck, immer so groß sind. Ich verstehe den Sinn dort hinter einfach nicht. Warum müssen diese Tische so krass groß sein? Ich habe keine Ahnung, Leute. So, wir gucken mal hier in Fair Ranch. Haben wir hier einen Teppich? Ja. Wir können ja mal gucken. Haben wir hier was Schönes, was dazu passt? Was Helles? Ähm... So... Mal die Farbswatches mir angucken. So, so. Hat natürlich auch was, ne? Bin ich jetzt gar nicht so... so hässlich. Muss ich ehrlich gestehen. Tisch? Ich weiß nicht. Hier noch ein paar. Das ist so kindlich. Können wir da nicht ein Ding hinmachen mit einem Schaf? Ah. Weiß nicht. Aber wir können ja auch nicht... zwei Flauscheteppiche nehmen, oder? Können wir zwei Flauscheteppiche? Ich meine, der würde natürlich am besten passen, ne? Weil der so schön neutral ist. Der Flauscheteppich. Der ist halt einfach auch schön, ne? Ach so? Das ist so wuchtig, oder? Weiß ich nicht. Der sehr unsicher Kart, ne? Leute. Ich bin immer noch gespannt, was er über den rosanen Mikrochang sagt. So. Dann haben wir ja nichts Weißes. Und die sind so... Also das mit der Bücherregalwand gefällt mir actually richtig gut. Ich will jetzt mal gucken bei den Gardinen, ob wir da irgendwas Schönes haben, was wir da hinmachen können. Was hoffentlich passt. Ähm, und nicht so... Ja, das würde auch passen, aber da sieht man die halt durch, ne? Das ist halt auch scheiße. Das ist halt scheiße. So. Gucken, ob wir noch irgendwas anderes haben. Das jetzt nicht so umsy aussieht. So, das ist zu lang, ne? Ja, das ist viel zu lang. Oh, shit. Viel, viel, viel zu lang. So. Ja, die aus Dings, aber... Weiß ich auch nicht. Wir können sie ja mal hinsetzen. Die aus Landhausleben. Die finde ich eigentlich auch immer schön, aber die sind zu... Die sind, glaube ich, zu verspielt. Tatsächlich. Es passt, glaube ich, vom Style her nicht so ganz. Das... Hm. Wie machen wir denn das? Wie machen wir denn das? Das finde ich eigentlich auch immer mega nice hier. Vielleicht können wir da... Haben wir da eine Verwendung irgendwie für oben oder so? Vielleicht hier, wenn wir hier reinkommen, dass wir hier einfach hier so rüber machen. Ich mach's erst mal hin. Wir müssen mal schauen, ob's uns gefällt oder nicht. Wir sind ja noch nicht da, wir sind erst mal hier unten. So. Gucken wir mal. Gardini. Was haben wir hier? Gardini, Gardini. Ne, das heißt Goldini, ne? Hahaha. Das ist ja fast das Gleiche. So, was ist, wenn wir diese Dinger hier nehmen? Das stört mich natürlich so ein bisschen, dass man das hier hinten sieht. Und ich finde auch diese Meisenknödel, finde ich halt überhaupt nicht schön, ne? Diese Meisenknödel weiß ich nicht. Aber in den grünen sieht das schon nice aus. Aber da ist natürlich doof, dass man das jetzt da oben durchsieht. Finde ich ehrlich gesagt nicht so geiler. Kann man die kleiner machen? Ja. Oder man müsste das so machen. In so einem kleinen süßen Grünton. Könnte, glaube ich, ganz geil aussehen. Wir machen das mal. So. Ohne, ist war eine Nummer größer. So. Kannst du mal hier eine Etage tiefer kommen? Hör mal. Komm schon mal eine Etage tiefer. Würde zur Garnitur passen, oder? Triggert euch das, dass die nicht gerade steht? Mich schon. Mich schon. So. Den können wir trotzdem braun lassen. Vielleicht können wir hier denn noch irgendwas... Ich glaube, eine Pflanze oder so, Spielzeug oder so hinstellen. Hier können wir auch noch irgendwas hinmachen. Da gucken wir mal. Und hier dachte ich mir eventuell, dass wir vielleicht so einen kleinen... Sagt schon. So einen kleinen Schreibtisch oder so hinmachen. Wisst ihr? Ich glaube, das könnte ganz süß kommen. So. Haben wir hier nicht was? Oh, guck mal. Hier können wir sogar Sachen reinstellen. Easy. Lieben wir. Was ist das? Weiß ich nicht, was das ist. Was ist das? Keramikschale mit heiliger Medizin. Hm. Okay. Dann kommt Mutter Teresa. Mutter Teresa wird einen Besuch uns abstatten. Guck mal, das können wir ja da reinmachen. Auch so ein grün. So ein kleines... Oh, komm. Die Eulen. Die müssen wir benutzen, oder? Die sind holy süß. Die sind richtig süß. Ich liebe die. Guck mal, sind die nicht cute? Die sind richtig cute. Haben wir noch eine schöne Farbe dafür? Oh. Guck mal hier. Oh. 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 So. So ist nice. Was haben wir hier für Farben? Guck mal. Das ist doch süß. Was haben wir hier für Farben? Da haben wir nur verschiedene Muster drauf. Guck mal, mit so einem Weizen drauf. Süß. Lieben wir. Ich setze hier sonst eigentlich immer diese Matruschka auch rein. So, das können wir hier auch mal hier draußen platzieren. Wir haben zwar keine Pferde, aber ist egal. Machen wir einfach. So, so, so. Was stellen wir hier noch alles so hin? Was brauchen wir alles? Um ein schönes Landhaushäuschen. Oh. Oder wir machen hier... Guck mal, das ist unser Weinfass hier. Unser Weinlager. Hier können wir uns richtig gönnen. Guck mal. Huch. Das wäre natürlich auch nice, oder? Neben dem Kamin. So eine Weindeportier, wo man sich gönnen kann. So ein Weinregal. Finde ich, glaube ich, ganz nice. Finde ich, glaube ich, ganz nice. So. Hier könnte ich mir wirklich den Schreibtisch vorstellen. So. Oder sowas wäre auch richtig cool da für die Ecke, ne? Das ist halt so ein schöner Lückenfüller. Aber weiß ich nicht, ob es den auch in... Ja, doch, würde es auch so geben. Oder so. Guck mal, was besser aussieht. Ja, das sieht halt schon ein bisschen besser aus, ne? Weil das eben dort in die Ecke so reinpasst. So, und was ist, wenn wir das Weinding hier zwischenstellen? Ja, das würde ja eigentlich auch passen, oder? Oder, oder, oder? Können wir hier ein Auto oben raufstellen? Nee, schade. Ich dachte, wir könnten da was raufstellen. Das wäre natürlich nice. Das wäre jetzt natürlich das gewesen. So. Wir können auch den hier vorne in den Eingang stellen, oder? Was haltet ihr davon? Das ist unser Willkommens-Yedi. So. Können wir den noch in einer anderen Farbe machen? Guck mal, in so einen rot-braunen. Passt es? Ich möchte gerne jetzt wirklich zu gerne eure Gedanken hören, was, was, wenn, wenn ihr das seht, was ich hier mache und ihr denkt euch so, Alter, Chris, was ist da denn nicht in Ordnung? Ihr wisst natürlich, dass auch alles nur ein bisschen Spaß ist, ne? Also, ich werde sicherlich das Vieh hier vorne wegmachen. Ja, es ist einfach nur, ich mache es dir jetzt schon weg. Das ist ein Gag. Es ist einfach nur ein Gag. Allein mal lachen. Aber das können wir tatsächlich platzieren, weil das finde ich süß. Das können wir hier platzieren. Schauen wir mal, was... Vielleicht finden wir noch was Besseres. So. Ein bisschen Spaß muss sein. Wollen wir einen Pfausen platzieren? Eigentlich brauchen wir einen Pfausen, oder? Eigentlich, das wird unser Ding. Die Leute, die mich ja bei Daniel verfolgen und so weiter, wissen ja, dass ich diesen Pfausen richtig schön finde. Und Daniel findet ihn halt nicht schön. Und ich setze mich immer dafür ein, dass wir den Pfausen einsetzen. Und jetzt machen wir einfach in unsere eigene Baureihe auch den Pfausen mit rein. Finde ich eigentlich ganz nice. Gefällt mir. Gefällt mir. Gefällt mir. So. Hier haben wir eine Prima Ballerina. Ne, 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 ne. Gehen wir weiter hier hin zu... Ich glaube, das mit den Vorhängen... Ich will nochmal bei den Vorhängen gucken. Ob wir da nicht noch was... Aber ich bin, glaube ich, mit denen tatsächlich sehr zufrieden. Muss ich sagen. Ich finde die eigentlich sehr hübsch. Die hier sind mir ein bisschen zu small. Das sind für mich so Toiletten. Oder hier für die Küche. Das sind das schöne Vorhänge, die man hier so ranmachen kann. Finde ich passen immer ganz gut. Oder auch nicht, weil das irgendwie so schief aussieht. Weil schief will ich das nicht. Ne, ne, ne. Schief will ich das nicht. So. Ich feiere immer noch diesen rosanen... Diesen rosanen... Kühlschrank. So. Bin noch nicht ganz zufrieden mit dem Mülleimer. Muss ich ehrlich gestehen. Und ich bin auch nicht mit der Teppichvariante. Bin ich auch noch nicht ganz zufrieden. Weil ich halt finde, zweimal der gleiche Teppich ist halt ein bisschen mehr. Aber ich finde auch Teppiche in Sims ist halt so ultra schwer, ne. Das ist so super schwer, weil wir auch einfach so hässliches haben. Und du denkst dir so, jo. Alles klar. Vielleicht sollten wir mal nach... Können wir nach Beige filtern? Ich vergesse auch immer, nach Farben zu filtern, ne. Farben... Gibt's so Beige? Hellbraun? Weiß? Was haben wir denn hier alles? Wir können ja mal gucken. Wir können rein theoretisch ja auch... Guck mal, was ist denn, wenn wir den wegmachen? Und wir nehmen so einen und machen den nur... ...ne Nummer größer oder auch eine Nummer kleiner. Dass wir so ein bisschen... ...hier so ein... ...Teppich haben. Geh mal hier weg, Tisch. So. Sieht zwar aus wie eine kleine Slip-Einlage vom... ...vom... ...Mammut oder so. Aber... ...könnten wir eigentlich... ...so lassen. Also ich finde ihn jetzt gar nicht so schlecht. Ich finde, der passt. Ich finde, der passt auch zum Stil... ...zu dem... ...ähm... ...ähm... ...sag schon... ...Megamatte? Was ist das? Ne? Was ist das? Ne? Was ist das? Ne? Ich finde, der passt auch hier zu diesem Flauschi. Dann nehmen wir den, oder? Der passt doch auch. Süß. Haben wir geklärt. Easy peasy. Lemon squeezy. So. Vielleicht haben wir jetzt hier noch irgendwas Schönes... ...um hier über das Regal zu machen. Da würde ich das, glaube ich, ganz entzückend finden... ...wenn wir hier... ...jetzt so ein bisschen Kladderadatsch auch ran machen. Zum Beispiel... ...die Töpfe müssen rein theoretisch an die Küche. Aber das ist dann auch zu... ...zu... ...zu viel. Wohl ne. Fast. Fast. Oh. Gucken wir mal, welche Farbe. So, so. Wer würde ich in dem Stil so lassen? Ja. Fast. Easy. Dann machen wir mal hier einen Lichtschalter ran. Den können wir mal hier ran klatschen. Sehr schön. So. Vielleicht können wir hier oben über die Weinregale... ...noch so eine Art Kranz setzen. Oder irgendwas anderes Schönes würde ich, glaube ich, fühlen. Vielleicht, wenn wir jetzt sowas hätten wie... ...haben wir nicht in dem... ...in dem... ...hier. Das hier. Können wir sowas hier ran machen? Einfach so? Haben wir erlegt? Ich glaube, das könnte ganz gut passen, oder? Ich glaube auch. Ich glaube auch. Ich glaube, das passt ganz gut. Was haben wir denn hier für Farbvarianten? Vielleicht können wir das denn hier noch so ein bisschen... ...natürlich nicht passend. Aber vielleicht können wir das... ...ähm... ...ich hasse das, wenn das passiert, ne? Ich möchte das gerne gedreht haben. Mensch. Mensch Meier, sage ich euch. Mensch Meier. Manchmal muss man ein bisschen meckern mit dem Spiel. So, so, so... ...so, obwohl die denn sieht jetzt mit der Spanndrille auch nicht so gut aus. Ne, habt ihr recht. Sieht scheiße aus. Ich gebe euch recht. So, was ist das hier? Achso, das sind so kleine Tierchen. Süß. Vielleicht können wir... Achso, hier müssen wir noch eine Tür reinmachen für das Klo. Das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Ähm... Jetzt wird hier erstmal so ein bisschen... ...bisschen rum... ...schlawenzelt. Ähm... Das können wir eigentlich auch mal draußen machen. Vielleicht ist es so, dass wir das... ...gefangen haben, die Fischis. Äh, ne? Dass wir halt einfach... ...de Fischdoktors sind. De Fischdoktors. Vielleicht machen wir auch sowas hin. So ein kleiner... ...so eine kleine Erlüftung. Würde ich, glaube ich, fühlen. So, 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 so. Das Bild finde ich halt auch eigentlich immer richtig schön, ne? Wenn man das so ein bisschen kleiner macht... ...hat es schon was. Finde ich schon... ...ist schon süß. Vielleicht können wir das denn hier irgendwo... ...vielleicht hier oben... ...wenn wir das ein bisschen kleiner machen. So. Ein Pferd. Was hat der Hümer? Ach, wir müssen ja nicht unbedingt ein Pferd nehmen. Wir können das ja auch so machen. So. Wir schauen mal, ob wir schon mal eine Klo-Tür finden. Da würde ich jetzt einfach, glaube ich, auch so eine ganz stupide, einfache Holztür nehmen. Einfach hier so... Ich wollte gerade sagen, schon passend, aber... ...nun... ...schwierig in dem Game. So. Einfach denn so, oder? Zack. Hauptsache, wir haben erstmal eine drin. So. Aber weiter geht's hier mit ein bisschen Deko. Ich war hier noch nicht so ganz fertig. Klattern ist ja natürlich... ...so non plus ultra. Aber wir lieben's alle. Wir lieben's alle. Klattern. Wir lieben's alle. Knattern. Und wir lieben's alle. Klattern. So. Was haben wir hier? So ein Gebiss? Hier vorne drauf. Easy, oder? So ein Gebiss. Schön. Auf dem Tisch. Lieben wir. Lieben wir. Lieben wir. Lieben wir. So. Was können wir alles hier auf den Wohnzimmertisch stellen? Vielleicht so ein Water. Falls wir Durst haben. Können wir uns was zu drinken nehmen. Was ist das? Das ist die Ästhetische Karte. Pizza Station. Okay. Und das sind ja eher so Sachen für die Küche, ne? Ja. Das sind eher Sachen für die... Vielleicht so ein Modemagazin. Das können wir aber auch hier auf den Boden legen. So. Hier so eine Altbücher. So eine Altbücher ist auch ein guter Deutsch, oder? So eine Altbücher. Mhm. Genau, Chris. Genau. Red mal weiter so, ne? Die finde ich eigentlich auch immer ganz cute. Dieses Objekt. Vielleicht machen wir das hier auch wirklich hier so ein bisschen mitten in die Ecke. Dass es hier einfach so unsere Leseecke wird. Finde ich, glaube ich, ganz nice. Nice, nice, nice. Hier haben wir so ein Oldschool-Telefon. Was ist das? Snackpackung für unterwegs. Ey, wir haben mittlerweile so viel Kladderadatsch reinbekommen, dass es schon echt schwierig ist, das alles auseinanderzuhalten. Was wir da alles... Ganz ehrlich, CC braucht man eigentlich für diesen ganzes Gedöns nicht mehr, oder? Also Möbel-CC. Ich war ja noch nie so ein Fan von Möbel-CC, muss ich sagen. Es gibt schon einige Sachen, die richtig nice sind. Ähm, aber es gibt auch welche, die sind mir einfach zu eiferlastig. Das gefällt mir denn gar nicht. Ähm, und ich muss sagen, mittlerweile, wir haben so viele Sachen bekommen. Mir gefällt das Getränke-Ding ja nicht. Ähm, wir haben so viele schöne Sachen bekommen, an die man hinstellen kann. Perfekt. Also, das ist schon wild, auf jeden Fall. Wild, wild, wild. Da kann man sich einiges zusammenschustern. Kunstsammlung, Teenager-Müll. Puzzle-Set, Teilmenge. Guck mal, können wir hier Puzzle hinmachen? Das fühle ich auch. Können sie ein bisschen Spiele-Spiele machen. Spiele-Sammlung, das ist auch süß. Das können wir hier zum Beispiel... Ähm... Kann man das hier unter den Tisch stellen? Ohne, dass es hochglitscht. Vielleicht noch ein Stückchen weiter so. Und dann können wir eigentlich das Modemagazin auch so machen. Und dann stellen wir den Tisch... Einfach darüber. Let's go. Easy peasy. Liebevolle. Süß. Süß. Naja, eigentlich nicht, aber süß. So, ein Märchenhaus. Nice. Nice. Was stellen wir denn hier auf den Tisch rauf, Leute? Was machen wir denn da hin? Was stellen wir da hin? So eine Vase? Nee, das ist viel zu viel Platz weg, oder? So was hier? Nee. Echt Kreativ-Kollektion. Okay. Guck mal, die Regenschirmständer. Den können wir mal da hinten... ...hinten dann platzieren. So. Was stellen wir denn hier auf den Tisch rauf? Bin ein bisschen überfragt. Ob ich noch nie einen Couch-Tisch benutzt hätte? Hier, guck mal. Handy und Schlüssel. Richtig. Wollen wir hier so ein kleines Blumending hinstellen? Einfach so ein kleines Blümeli. Die? So. Haben wir hier so was kleines Süßes? So was hier zum Beispiel? Oder so was? Oder einfach so ein Top? Ich glaube, das ist mir zu groß. Ne, ich glaube, das könnte passen. Oder die? Die finde ich ja auch immer so schön, ne? Aber die ist auch immer so groß. Die sind auch groß. Und die ist ja noch größer. Aber die können wir vielleicht hier auch benutzen als kleines Deko-Ding. Oder wir stellen hier die noch so als Deko-Maßnahme. Dass wir hier einfach... So. Dann haben wir hier diesen kleinen Topf. Was auch immer das sein soll. Und dann können wir vielleicht davor noch was Kleines stellen. Vielleicht einfach so. Würde ich fühlen. Und dann können wir... Die finde ich ja eigentlich auch immer so hübsch, ne? Aber die sind auch so groß, oder? Ach nee, ich weiß, wen wir nehmen. Ich weiß, was wir nehmen. Wo sind denn die kleinen Sonnenblümchen? Wir haben noch mal so kleine Sonnenblümchen. Wo sind denn die? Sonnenblumis. Wo seid ihr? Oder wir nehmen das Schwein. Liebe für dieses Schwein, ne? Ich lieb's. Ihr wisst, ich liebe dieses Schwein. Wir müssen das irgendwo platzieren. Haben wir das hier... Haben wir nicht das Schwein schon irgendwo platziert? Ne, ne? Wir müssen es platzieren. Irgendwo. Leute, hier. Ich hab einen Platz gefunden. So. Und dann machen wir hier... The Pig. Pepper. The Pig. Ich lieb's. Einfach großartig. Peppy ist auch mit am Stissel. So muss das sein. So. Wo sind denn jetzt diese kleinen, süßen Sonnenblumis? Ach, da. Die können wir doch hier hinstellen, oder? Die passen. Die passen. Mal. Boah, nimmt das schon langsam Form an, oder? Oder? I'm very much happy with this. I'm very much happy. So. Doch, ich find das schön. Mir gefällt's. Mir gefällt's. Dann können wir hier... Die hinmachen. Warum ist denn die so weiß? Ist da verschiedene Farbvarianten von? Ja. Sehr schön. Lieben wir. Nehmen wir mal die. Dann können wir hier... Nämlich vielleicht... Das heilige Ding da hinstellen. Vielleicht so machen. So. Dann haben wir hier die Heizung. Können wir so machen. Das können wir tatsächlich ja hier als Fensterbrett auch benutzen. So. So. Vielleicht noch passend in der Farbe. So. Easy. Können wir das hier auch noch ein bisschen abändern? Ja. Können wir... Nice. Vielleicht lassen wir das auch in diesem grünen Ton. Dann können wir hier... Die Garderobe hinhängen. Dass die hier sich aufhängen können. So. Lichtschalter. Regenschirmständer. Lieben wir. Dann haben wir hier... So. In so einem braunen Ton. Dann fällt das nicht so auf, oder? Warum haben wir das Ding hier benutzt? Was war der Sinn dahinter? Ich habe irgendwie gesagt, wir brauchen das, oder? Ich stelle es erst mal raus. Ich stelle es erst mal raus. So. Vielleicht können wir denn dort ein Bild noch anhängen. Hier oben. Würde ich fühlen. Oder vielleicht auch einfach so... Was aufgerissenes... Nee, das passt nicht. Weil wir haben ja... Vielleicht so. Ein so kleines Ding. Können wir machen. Und ich würde tatsächlich sehr gerne... Jetzt ist nur wieder die Sache. Wo sind sie? Entweder machen wir die Schuhe einzeln. Oder wir stellen hier noch so ein Schuhregal hin. Wisst ihr, wie ich meine? Das würde ich, glaube ich, fühlen. Oder wir machen das einfach so, weil wir hier... Verschiedene Schuhvarianten haben. Und bei den Schuhregalen ist es ja immer so... Bei den Schuhdingern ist es ja einmal männlich und weiblich, sozusagen. Und das finde ich immer so ein bisschen... Naja. Weiß nicht. Es ist immer so. Es gibt ja nicht nur männlich und weiblich. Und... Ihr wisst, was ich meine, oder? Ihr wisst, glaube ich... Hier, die Dinger, meine ich. Aber können wir so machen. Obwohl, da ist auch beides drauf, oder? Was ist denn, wenn wir das nochmal ein bisschen höher machen? So, so, so. Können wir ja trotzdem ja hier hinstellen, oder? So. Und so. Und... Weg damit. So. Und... So. So mit O. Na, nehmt doch hier langsam Gestalt an. Ich freue mich. Wir machen da doch ein Bild hin, denn das gefällt mir nicht. Ähm, so. Was haben wir denn hier Schönes am Bild? Hier so ein Humpen. Bein da. Rauscht. Zum Mitte. Zur... Zum Hm. Zack, zack. Wisst ihr Bescheid, ne? Oder so ein Wandkalender wäre natürlich auch nice, ne? Damit die ihn wissen hier. Sexy Polizist. Easy. Da, so sieht's aus. Heute haben wir sexy Polizist-Äh, Woche. Damit wir Bescheid wissen. Yes, let's go. Das ist eigentlich auch immer so richtig süß, ne? Diese Oldschool. Oder? Ne, wir nehmen die mit dem Hund, oder? Hund. Wir sind Tierliebhaber. Ihr habt recht. Nehmen die mit dem Hund. Guck mal, ist er nicht süß? Der kleine Doggy. Doch, der ist süß, oder? Doch, 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 doch. Gefällt mir, Leute. Gefällt mir. Ich glaube, ich würde jetzt mal gucken, ob wir hier die letzten Feinheiten machen. Hier so, wisst ihr? Schreibtisch und so. Haben wir hier so einen kleinen, süßen, muckligen, abgeranzen, kleinen, süßen... Den hier. Easy. Nein, Quatsch. Ähm, so einen kleinen, süßen Schreibi-Tüschi. Einfach nur so ein... Okay. Einfach nur so ein kleiner Tisch halt. Tüschi, wo bist du? Da. Da, 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 da. Können wir hier einfach so ein Ding hier nicht benutzen? Ähm. Oder so eins? Einfach so? Und dass wir denn da... Einen kleinen Schreibtisch oder so... Äh, kleinen... Warte mal, ist das ein Tisch? Tisch zur alten Pinte. Was ist denn, wenn wir das so machen? Da machen wir jetzt so einen kleinen Stuhl ran. Was ist das? Setzt die sich da ran? Oder ist das einfach nur so ein Deko-Objekt? Muss das testen. So. Tisch. Dann nehmen wir so einen kleinen... Dings und einen Stuhl brauchen wir. Setzen die sich da so ran? Nee, oder? Ich glaub nicht. Ich glaub's ja nicht. So. Haben wir hier irgendwas anderes? Oder wir müssen tatsächlich den Mülleimer woanders dann machen. Dass wir das hier hinstellen. So. Wir da nochmal so einen Stuhl ran stellen. Vielleicht können wir da den, ähm... Lammfell, äh... Kuh-Dingsbums da ran stellen. Wenn ich den jetzt finde. Vorschreck. Da. Den hier. Machen wir hier ran. Und dann können wir nämlich von hier aus, aus dem Homeoffice, nämlich, ähm, arbeiten. Wissen Sie, wie ich meine? Dass wir denn hier den hellen benutzen. So. Den Tisch machen wir ein bisschen dunkler. Oder vielleicht reißen wir ihn nochmal komplett raus mit der Farbe. So. Passend zur Küche, weil das hier alles so ein bisschen bunt ist. So. Das Ding machen wir passend rosa zum... zum Kühlschrank. Hier können wir den Mülleimer einfach hinstellen. So. Weil hier an die Ecke kommt eh keiner ran. Stresst zwar, aber... Ja, was sollen wir machen? Müll einmal nerven halt in diesem Game. So. 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 Dann haben wir hier Mrs. Kuh. Dann können wir da noch ein paar, ähm... Accessoiresis ran schallern. Fühlen wir. Das ist zu klein. Das ist auch zu klein. Das ist zu groß. Ein paar Accessoiresis können wir hier rauf machen. Und zwar machen wir... Ach, jetzt geht die Sucherei hier. Ich konnte mich eben gerade schon noch nicht entscheiden, oder? Yes is Maria, sag ich euch. Yes is Maria. Vielleicht machen wir hier so ein... Käppi rauf. Nee. Natürlich auch nicht. Achso. Nee, hier ist das Zahnbürste. Ähm. Was ist das? Einhorn. Ich möchte ein Einhorn sein. Ich möchte ein Nussknacker sein. Badeperlen. Wozu brauchen wir Badeperlen auf dem Tisch hier? So. Haben wir hier nicht irgendwas? Wo sind die denn die ganzen... Hier. Das habe ich gesucht. Was ist das? Gräbelsteck. Dann haben wir hier... Das. Machen wir mal. Den Lernstapel können wir auch machen. So. Und dann noch eine Pflänzel. Das reicht. Mehr muss es ja auch nicht sein. Wir haben ja hier auch schon eine Pflänzel. Aber so ein bisschen Pflänzel muss halt schon sein, oder? So ein bisschen... Peppt halt auch alles so ein bisschen auf, oder? Hör da mal auf. Hör da mal auf. So. Vielleicht so eine bunte hier. Machen die so eine hier. Guck mal. Die ist so süß. Machen wir das Ding hier nach vorne. Bis nach hinten. So. Ach, guckt es euch doch an. So ist es ein Traum. Ein Traum, sage ich euch. Ein Traum. So. Was ist denn, wenn wir jetzt hier... Huch. Wenn wir die Gardine von dort... Nehmen. Und wir die... Hier auch ran machen. Aber vielleicht nur eine Seite diesmal. Machen wir hier runter. Spiel. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Warum? Warum bist du so kompliziert? Bitte tu mir das nicht an. Wir haben Gäste und wollen uns benehmen. Wir schauen Leute zu. Sie wünschen uns eine gute Ruhe. Du bist du solltest lernen. Du solltest lernen. Deine Gutsch zu halten. Denn du fängst an Stoß zu reden. Drum lass uns fahren nach Schweden. Okay, ich höre schon auf. Oder wir müssen diese groß lassen. Aber das sieht auch scheiße aus, oder? Warum ploppt denn das da jetzt nicht nach unten? Spiel. Sei nicht so gemein. Sonst kriegst du gar kein Dings. Leckst du mir doch am Zück, Kali. So, was können wir hier ran machen? Busch. Wo sind denn hier diese Dinger hier da? Können wir die hier ran machen? Nee, die sind auch nicht schön. Halt einfach nicht schön. Die? Nee, die sind auch nicht schön. Wie ist das, Maria? Die? Nee, die sind viel zu lang. Denn die? Sieht auch aus wie so eine Waschlappen, oder? So, die Tischfarbe müssen wir uns nochmal angucken. Da bin ich noch nicht ganz so zufrieden. Was da besser passt. Doch, bleiben wir bei dem hier, oder? So. Boah, wird doch, oder? Let's go. Nee, die Gardine muss weg. Also, vielleicht habt ihr da Ideen, Leute. Ich hoffe, euch gefällt es. Wir haben die Küche fertig nochmal umgeräumt. Neue Teppiche, Wohnzimmer ist hier schon eingerichtet. Hier hinten schauen wir mal, was wir hier noch hin machen können. Vielleicht können wir da ein bisschen Spielzeug hin machen oder so. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Und ja, lasst mir gerne eure Ideen und eure Kreativität freien Lauf. Und bitte schreibt mir unbedingt, was zu diesem Highlight. Ich finde, es ist das Highlight aus diesem... Aus diesem Bild hier ist dieser rosane Kühlschrank. Ich liebe ihn sehr. Danke, dass ihr mit dabei gewesen seid. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, ab geht es in die Hütte im Wald. Und wir bauen weiter. Ich bedanke mich, dass ihr mit dabei gewesen seid. Bis dann. Tschüss. Tschüss.